Wenn ich diesen Fall so nachvollziehe, dann fühle ich natürlich eine große, große Trauer auch für diese Person, dass sie das erleben musste. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Sebastian Leber. Und ich bin Katja Füchse. Schön, dass ihr dabei seid. Liebe Katja, lass uns heute mit einer Statistik anfangen, die mich ziemlich überrascht hat. Und zwar, das Risiko, Opfer eines Tötungsdelikts zu werden, ist zu keinem Zeitpunkt im Leben eines Menschen größer als innerhalb seines ersten Lebenstages. Also in den ersten 24 Stunden nach der Geburt. Ja, das stimmt. Der Fachbegriff lautet Neonatizid, also die Tötung eines Neugeborenen während oder direkt nach der Geburt. Und so unterschiedlich die Fälle sein mögen, die in der Statistik zu diesem traurigen Superlativ verschmelzen, eines haben sie fast alle gemeinsam. Es geht um zumeist junge Frauen, die völlig überfordert sind, bis dann alles in einer vermeintlich ausweglosen Situation gipfelt. Und was die Fälle besonders tragisch macht, tatsächlich gibt es natürlich immer einen Ausweg, eine Lösung, die besser ist als der Tod eines Kindes. Und von einem dieser Fälle erzählen wir heute. Es geht um die Situation von Müttern in unserer Gesellschaft, um die manchmal sehr kalte Macht unseres Polizei- und Justizapparats und um ein Fehlurteil. Um zu verstehen, wie es zu einem Neonatizid kommen kann, haben wir heute mal keine Ermittlerin zu Gast, sondern eine Expertin aus dem medizinischen Bereich. Genau. Die Chefärztin Prof. Dr. Mandy Mangler. Ihr kennt sie vielleicht schon aus dem Tagesspiegel-Podcast Gyncast oder aus dem Fernsehen, aber jetzt stellt sie sich hier sicherheitshalber nochmal selber vor. Hallo, ich bin Mandy Mangler. Ich bin Chefärztin für Gynäkologie und Geburtsmedizin. Ich leite in Berlin an zwei Kliniken die Gynäkologie mit Geburtsmedizin und betreue da viele Frauen, die gynäkologische Tumorerkrankungen haben, aber eben auch einen Kreislauf mit so ungefähr 1700 Geburten pro Jahr. Und das macht natürlich sehr, sehr viel Spaß, Gynäkologie gesellschaftspolitisch und auch fachlich zu betrachten. Das ist mir ein großes Anliegen und so meine Herzensangelegenheit. Und ja, das mache ich jeden Tag. Im Mittelpunkt unserer heutigen Geschichte steht eine junge Frau, die wir Katharina nennen. Katharina Ivanov. Sie ist 24 und wohnt noch bei ihren Eltern in Berlin-Karow. Die Familie Ivanov lebt in einer Drei-Zimmer-Wohnung in einem hellgelb verputzten Haus in einer Neubausiedlung. Da gibt es geschnittene Hecken, saubere Bürgersteige. Die Grundschule ist gleich nebenan. 1995 ist die Familie aus Russland mit den zwei Töchtern nach Berlin gezogen. Die Mädchen haben sich in der neuen Heimat schnell zurechtgefunden. Katharinas zwei Jahre ältere Schwester Nadja ist jetzt 26. Die studiert Modedesign und erwartet ihr erstes Kind und auf das freut sich die ganze Familie. Auch Katharina studiert. Sie steht kurz vorm Bachelor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht. In der Familie Ivanov ist Katharina die, die immer zuhört, die immer für alle da ist. Ihrer Schwester Nadja steht sie um auf und ab der Schwangerschaft zur Seite. Ihre Mutter unterstützt sie im Büro. Die betreibt einen Online-Shop für Damenbekleidung. Und Katharina hilft da fast täglich aus. Also Kundenakquise, Artikelbeschreibung, Papierkram, sowas. Am Morgen des 10. Dezember 2012, da fehlt Katharina Ivanov beim Frühstück. Die Eltern denken, vielleicht schläft sie länger. Die bleiben also noch beim Kaffeesitzen. Und gegen 7.45 Uhr hören sie dann aus dem Badezimmer einen dumpfen Aufprall. Sie finden Katharina ohnmächtig, blutend auf den Fliesen. Und die fragen natürlich besorgt, was ist mit dir, was hast du? Und dann erzählt Katharina irgendwas von Menstruationsproblemen. Und sie wirkt irgendwie fahrig. Die Eltern bringen sie im Bademantel dann rüber zur Wohnzimmercouch und telefonieren mit einer befreundeten Ärztin. Die sagt, sowas könne schon mal vorkommen. Aber Katharina solle sich bitte untersuchen lassen, sobald es ihr wieder besser geht. Der Vater, der ist 46, ein großer Mann mit gutmütigem Gesicht. Der beschließt jetzt, bei seiner Tochter zu bleiben und sich um sein Kind zu kümmern. Als er dann in Katharinas Zimmer geht, um ihr das Bett zu bereiten, schlägt er die Decke zurück und da ist Blut, überall Blut. Und er denkt, das ist jetzt aber ein bisschen sehr viel Blut für eine Menstruation. Und dann sieht er noch etwas. Und er glaubt erst, das wäre ein Spielzeug, aber es ist ein Säugling und der ist tot. Der Vater ruft seine Frau an und sagt, da ist ein totes Kind in Katharinas Zimmer. Sie alarmieren jetzt die Polizei und die Feuerwehr. Dass Katharina schwanger war, das hat in der Familie niemand gemerkt. Der Vater nicht, die Mutter nicht und selbst ihre zwei Jahre ältere Schwester nicht. Und auch Katharina sagt, dass sie selbst von der Geburt am Abend überrascht worden sei. Ja, das mag jetzt für Außenstehende erstmal ein bisschen unglaubwürdig klingen. Also nach einer reinen Schutzbehauptung gegenüber der Polizei. Denn wie kann das sein bei einer offenbar psychisch gesunden, bei einer gebildeten Frau in so einem bürgerlichen und gut behüteten Umfeld? Also die will nicht gewusst haben, dass sie im neunten Monat schwanger ist. Ja, man kann sich das kaum vorstellen, aber als ich der Chefärztin Mandy Mangler den Fall geschildert habe, da hat sie noch nicht mal überrascht gewirkt. Ja, es ergibt Sinn, dass man seine Schwangerschaft nicht merkt oder dass man sie irgendwie merkt, aber so stark verdrängt, weil es so viel auch Implikationen für das Leben hat und so viel biografische Veränderungen und medizinische Veränderungen auch nach sich zieht, dass das einfach so ein überwältigender Prozess ist, den man verdrängt. Und ja, es gibt es immer wieder oder auch die Frau, die in die Rettungsstelle kommt mit großem Bauch und das nicht weiß, dass sie schwanger ist und dann erstmal wegen Schmerzen urologisch gesehen wird. Die Urologinnen wissen auch nicht so genau, was ist das denn, sieht aber komisch aus und dann kommt raus, sie ist schwanger. Also das passiert immer wieder, ja. Mediziner und Kriminalisten kennen das Phänomen unter den Begriffen unbemerkte, verdrängte, negierte beziehungsweise verheimlichte Schwangerschaft. Das ist alles andere als, sagen wir mal, ein medizinisches Einhorn. Tatsächlich kommen verdrängte Schwangerschaften gar nicht so selten vor, sagt Mandy Mangler. Und da gibt es ja auch statistische Zahlen dazu, also dass jemand wirklich gar nicht richtig merkt, dass sie schwanger ist und dann es zu so einer Geburt kommt, wo der Realisationsprozess im Prinzip mit der Geburt beginnt oder mit der Geburt des Kindes, wenn das Kind dann da ist. Und das gibt in Berlin knapp 40.000 Geburten pro Jahr. Die Wahrscheinlichkeit, dass das auftritt, ist ungefähr 1 zu 9.800, so ganz perfekt kann man es nicht sagen, aber ungefähr. Das heißt, wir haben so drei bis vier solche Fälle pro Jahr in Berlin und da müssen wir natürlich uns fragen, wie kommt es so weit? Wenn ich das richtig hochgerechnet habe, kann man deutschlandweit von etwa 1.600 verdrängten Schwangerschaften im Jahr ausgehen, wobei ca. 300 Frauen selbst von den Wehen überrascht werden. Zu unserem Fall kennen wir jetzt noch keine Details, aber es könnte sein, dass Katharina Ivanov eine von diesen 300 ist. Nach dem ersten Schock im Schlafzimmer folgt für ihre Eltern jetzt gleich der zweite Schock. Ihre Tochter steht nämlich automatisch im Verdacht, ihr Baby getötet oder ermordet zu haben. Die Spurensicherung schwärmt deshalb in der Wohnung aus und die Mordkommission wird informiert. Wir stehen ja jetzt eigentlich vor zwei ganz ungeheuerlichen Gedanken. Also einmal wird da eine traumatisierte junge Frau, die gerade allein eine Geburt, vielleicht sogar eine Todgeburt durchlitten hat, jetzt auch noch durch die Mühlen der Polizei gedreht. Ja, oder hat Katharina ihren Säugling eiskalt umgebracht, weil sie sich vielleicht geschämt hat oder weil sie lästig war und versucht jetzt, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Denn auch solche Fälle gibt es ja und dazu kommen wir auch später noch. Genau, bevor wir aber über die strafrechtlichen Folgen sprechen, lass uns erst noch etwas über Katharina und ihre Familie erzählen, denn auch die ist total wichtig in diesem Fall. Nadja, ihre ältere Schwester, die hatte sich vor Prozessbeginn mit dem Tagesspiegel getroffen und über das Leben der Familie erzählt. Wir hängen euch den Link zu dieser Reportage in die Shownotes rein. Nadja, die Schwester, kann man fast als den Gegenentwurf zu der stillen und verschlossenen Katharina beschreiben. Sowas führt ja dann zwischen Schwestern manchmal zu Spannungen, aber ein Konkurrenzverhältnis habe es zwischen den beiden Mädchen nie gegeben. Dafür aber klare Rollen. Also Katharina übernimmt ganz früh die Position der Reiferen, der Genügsamen und so bleibt es dann auch während der Pubertät. Ja, da geht Nadja gern feiern. Und Katharina bleibt lieber daheim. Für Jungs hat sich Katharina eigentlich nie sonderlich interessiert. Das ändert sich, als sie dann Anfang 2011 Roman kennenlernt und der junge Mann sie heftig umwirbt und ihr fast jeden Tag Blumen schickt. Katharina verliebt sich dann wirklich irgendwann, aber er macht nach ein paar Wochen Schluss per SMS. Und dann steht er irgendwann wieder vor der Tür, alles geht wieder von vorne los. Und als Roman sie dann im Frühjahr 2012 ein zweites Mal verlässt und wieder per SMS ist Katharina Ivanov am Boden zerstört. Nur ihre große Verzweiflung, die behält sie eben wie immer ganz für sich. Und später, also im Prozess, da wird die Mutter sagen, ich glaube Katharina hat die zweite Trennung nicht verkraftet. Aber sie hat auch das nicht mit uns geteilt. Sie hat immer gesagt, alles ist in Ordnung. Katharina Ivanov fliegt über den Sommer zu Freunden nach Australien. Sie sagt, irgendwann habe sie zwar gewusst, dass sie von Roman schwanger ist, aber gleichzeitig wolle sie es nicht wahrgenommen haben. Sie hat es total verdrängt. Und in diesem Urlaub in Australien erfährt sie, dass sie Tante wird. Die Mutter, der Vater, die Schwester Nadja, deren Freund, alle freuen sich auf das Kind, aber Nadjas Schwangerschaft, die verläuft problematisch. Also läuft die Rollenverteilung zwischen den Schwestern weiter wie gehabt. Katharina ist immer für ihre Schwester da und erzählt fast nichts über sich. Als Nadja vorzeitige Wehen bekommt, ist Katharina Tag und Nacht an ihrer Seite. Was ja auch ein typisch menschliches Phänomen ist. Also wer sich auf Opwand um andere kümmert, muss vielleicht nicht spüren, wie unglücklich er selbst ist. Ganz genau. Und auf der anderen Seite läuft Katharinas eigene heimliche Schwangerschaft ganz problemlos. Ohne Auffälligkeiten oder irgendwelche großen Beschwerden. Und wenn sie von anderen auf ihre Figur angesprochen wird, schiebt sie es auf zu viel Fastfood in Australien. Einen Schwangerschaftstest macht Katharina in all den Monaten nicht. Und sie entwickelt auch keinen typischen Babybauch. Okay, ist das jetzt Zufall? Wie gesagt, Katharina ist recht breit gebaut. Aber es ist auch immer wieder faszinierend, was die Psyche für einen Einfluss auf unseren Körper und unsere Wahrnehmung haben kann. Mandy Mangler erklärt das so. Ja, also die Schwangerschaftssymptome hat man auch bei verdrängter Schwangerschaft. Aber man schiebt sie zur Seite, man rationalisiert sie anders. Man denkt, mir ist jetzt schlecht, weil ich habe was gegessen, was mir nicht bekommen ist. Oder ich habe ja zugenommen. Oder meine Menstruation, die war schon immer unregelmäßig oder so. Also man versucht es so zu rationalisieren. Und wir Menschen haben ja, wir haben es ja gerne, dass wir uns gegen so Dinge erklären und so Erklärmodelle irgendwie finden, damit unsere Realität irgendwie für uns schlüssiger wird. Und dass der Bauch nicht so sichtbar ist, das kommt halt schon auch darauf an, auf die Ausgangsstatur. Große Menschen haben zum Beispiel natürlich auch größere Bäuche, wo das dann nicht so offensichtlich sich nach vorne wölbt. Oder Menschen mit viel Fettgewebe, da kann es auch sein, dass man das überhaupt nicht gut sieht. Aber es gibt es auch bei schlanken Menschen. Und es ist natürlich auch so, wenn ich gar nicht weiß oder bewusst weiß, dass ich schwanger bin, dann benutze ich natürlich auch meine Bauchmuskeln anders als eine Person, die das weiß, dass sie schwanger ist. Unmerklich entgleitet Katharina Ivanov die Kontrolle. An der Uni, sie studiert Sicherheitsmanagement, läuft es auch nicht gut. Das Thema, das sie in ihrer Bachelorarbeit umsetzen möchte, wird abgelehnt, mehrfach. Sie erzählt nichts davon. Wie läuft es im Studium, fragen die Eltern. Passt schon, sagt Katharina. Und die Mutter ahnt nicht, dass auch ihre Jüngste schwanger ist. Sie sagt, wir haben die gleiche Konstitution, meine Tochter und ich, wir legen beide schnell zu. Sie habe sogar ein bisschen mit Katharina geschimpft damals und gesagt, dass sie abnehmen müsse. Katharina trifft keine Vorbereitungen, hat keinen Plan. Am 9. Dezember schmeißt sie für ihre Schwester nachmittags sogar noch eine Babyparty. Von ihrer bevorstehenden Geburt merkt keiner dieser Gäste was. Um 21 Uhr fährt sie nach Hause. Sie legt sich in ihrem Zimmer auf die Couch und guckt Fernsehen. Die Eltern schlafen im Zimmer nebenan, als gegen Mitternacht die Wehen einsetzen. Was das bedeutet und was Katharina Ivanov gefühlt haben muss, das hat uns Mandy Mangler erzählt. Aber vor allem überraschen sie diese Schmerzen, die wellenförmig über ihren Körper gehen. Sie kann es nicht einschätzen, was es ist. Und vielleicht dämmert es ihr dann langsam, dass das jetzt eben diese verdrängte Situation ist. Und diese Wehen, die sind aber schon relativ gewaltig. Also die sind wirklich so allesbestimmend und schalten auch einen Teil deines Bewusstseins irgendwo aus. Also es ist eine Urgewalt, die über dich drüber geht oder die mit dir gemeinsam geht letztendlich auch. So wellenförmig, also wie eine Welle, die dich eben mitreißt und du willst auch mitgerissen werden, weil du willst ja, dass das Kind irgendwie rauskommt sozusagen, beziehungsweise in der Situation, dass die Schmerzen aufhören. Naja und irgendwann wird sie dann begriffen haben, dass das jetzt eine Geburt ist und dass dann irgendwie ein Kind jetzt kommt. Jetzt merkt Katharina, dass sie kurz vor der Niederkunft steht. Suchprotokolle auf ihrem Handy verraten lassen. Also sie beginnt zu googeln, erst um 1.13 Uhr nach den Suchbegriffen, wann beginnt die Geburt. Um 1.41 Uhr dann, alleine in Binden zu Hause. Um 2.05 Uhr, Babyklappe Berlin. Offenbar hat sie da ja dann drüber nachgedacht, das Kind noch wegzugeben. Ja und sie googelt die ganze Nacht durch. Um 3.07 Uhr dann, Fruchtblase geplatzt. Um 3.15 Uhr, Presswehen. Um 3.31 Uhr googelt sie nach, wann weiß man, dass man pressen darf. Und um 5.23 Uhr googelt sie, wenn man zu früh presst. Ihr wundert euch vielleicht, dass wir jetzt hier so ins Detail gehen, aber was in diesen Stunden alles geschah, das wird später noch sehr wichtig werden. Im Krankenhaus wird Katharina Ivanov sagen, dass sie nicht weiß, wie lange das alles gedauert hat. Aber irgendwann kam das Baby. Mit den Füßen zuerst ein Bein sei rausgefallen. Sie hat also eine Steißgeburt. Der Kopf steckt im Geburtskanal fest. Katharina muss am Kind ziehen. Sie erleidet einen Dammriss. Sie verliert massiv Blut. Der Geburtsvorgang kommt Katharina wie eine Ewigkeit vor. Sie ruft nicht nach ihren Eltern, die nebenan schlafen, um sie nicht zu wecken, stopft sie sich ein Kuscheltier in den Mund. Vermutlich wird das Kind irgendwann zwischen 5.20 Uhr und 7.30 Uhr geboren. Katharina sagt, das Baby habe leblos gewirkt. Es habe gar nicht geschrien. Sie selbst erleidet einen beträchtlichen Blutverlust, ist körperlich und seelisch entkräftet. Kurz vor 8.00 Uhr wird sie, wie vorhin erzählt, ohnmächtig im Bad. Nach der Entdeckung des toten Kindes wirkt sie apathisch, weint, sagt, dass sie nicht mehr leben will. Am Nachmittag wird die junge Frau ins Krankenhaus gebracht und da wird erstmal der Dammriss genäht. Gegen 16 Uhr kommt sie zur Beobachtung auf die Station und von 17 bis 17.30 Uhr wird sie von zwei Ermittlern der Mordkommission dann das erste Mal als Beschuldigte vernommen. Und da gibt sie an, dass das Kind tot geboren worden sei. Um 20 Uhr erhält sie zwei Baldrian-Drages, weil sie nicht zur Ruhe kommt. Gegen 20.30 Uhr stehen die Ermittler wieder in ihrem Bett, um sie nochmal zu befragen. Um 21 Uhr teilen die Beamten dann der Beschuldigten das Ergebnis der Obduktion mit. Nämlich, das Kind lebte bei der Geburt. Es war ein Junge, 3700 Gramm, 52 Zentimeter groß. Und der Junge ist erstickt, wenige Minuten nach der Geburt. Das Kind lag auf dem Bauch, als die Polizei es fand, das Gesicht in der Kautschritze und auf seinem Hinterkopf, da lag die Plazenta. Katharina bestreitet in der Vernehmung mehrfach ihren Sohn getötet zu haben. Um 21.25 Uhr meint Katharina laut Protokoll. Es sei gerade alles ein bisschen viel für sie und sie bestreitet erneut. Aber die Vernehmer lassen nicht locker und dann ist es bereits nach 23 Uhr, als es im Protokoll heißt, haben sie das Kind getötet. Und die Beschuldigte antwortet, ich kann das nicht aussprechen. Ich hätte nie gedacht, dass mir so etwas passiert. Ich wünschte, ich könnte alles rückgängig machen. Und jetzt fragt der Vernehmer noch, möchten sie noch was sagen? Und da sagt Katharina Ivanov diesen einen Satz, ich habe das Baby getötet. Ja, da ist es also das Geständnis. Katharina Ivanov gibt zu Protokoll, eine Decke auf das Kind gedrückt zu haben. Und zwar so 10 bis 15 Minuten lang. Und damit wird dann auch die Vernehmung beendet. Es ist jetzt 23.35 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt ist Katharina Ivanov seit 38 Stunden wach. Und sie ist natürlich total übermüdet und erschöpft. Und in Krimis stellt sich ja den Ermittlern, wenn sie so am Krankenbett eines Verdächtigen stehen und befragen wollen, stellt sich dann oft so einen Arzt in den Weg und sagt, die Beschuldigte sei gar nicht vernehmungsfähig. Schluss jetzt so. Ja, aber die Wirklichkeit sieht wie so oft etwas anders aus. Mandy Mangler hat zumindest aus medizinischer Sicht Zweifel, dass dieses Geständnis auch der Wahrheit entspricht. Da muss man wissen, dass diese Person natürlich in einer maximalen Ausnahmesituation war über mehrere Monate und dann auch noch diese Geburt hatte. Und jetzt wissen wir von Menschen, die ihre Schwangerschaft nicht verdrängen, dass diese Situation direkt nach einer Geburt eine extrem vulnerable Phase ist. Da sinken die Hormone, der Körper stellt sich um, man schwitzt, man hat Milcheinschuss in der Brust. Das ist auch eine Situation, wo bei vielen, bei 80 Prozent der Frauen psychische Veränderungen auftreten und übrigens auch bei mindestens 30 Prozent der Väter. Und diese psychischen Veränderungen, die können auch zu einer postpartalen Depression führen und besonders bei Belastungssituationen. Und diese Situation ist natürlich absolut prädisponiert dafür, dass das eine Depression wird oder sogar eine Suizidalität oder eine weitere Eskalation, weil das ist ja für die dann noch nicht zu Ende. Deswegen ist es natürlich schwierig. Es kommt halt jetzt natürlich darauf an, was sind es für Menschen, die Polizisten, Polizistinnen? Haben die ein Verständnis dafür, dass direkt nach einer Geburt man einfach eine komplett andere Person ist als man außerhalb und in dieser Extremsituation sowieso? Aber ich bin mir sicher, dass sie das verstanden hätten, wenn man es mit ihnen besprochen hätte. Katharina Ivanov kommt jetzt in Untersuchungshaft. Die Frage ist, wusste sie wirklich, was sie da bei dieser Vernehmung geredet hat, als sie dem Drängen der Polizisten nachgegeben hat? Also als sie im Gefängnis sitzt, kommt sie jedenfalls eine vom Gericht hinzugezogene Gutachterin besuchen und der erzählt Katharina, dass sie sich von diesen Kriminalbeamten sehr unter Druck gesetzt gefühlt habe. Und sich eigentlich gar nicht so genau erinnern könne, was in der Nacht geschehen sei. Nach drei Monaten entlässt der Richter sie bis zur Verhandlung vom Landgericht erstmal nach Hause. Bevor wir jetzt zum Prozess kommen, lass uns nochmal einen kurzen Deep Dive machen, um ein bisschen mehr über das Phänomen Neonatizid zu erfahren. Was sagt denn die Statistik der Polizei darüber? Pro Jahr werden in Deutschland 20 bis 25 tote Neugeborene gefunden. Die Experten gehen allerdings von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus, da im Vorfeld oftmals die Schwangerschaft und Geburt, wie wir gerade gesehen haben, auch verheimlicht werden. Das heißt, es weiß ja gar keiner, dass es ein Opfer gegeben haben könnte. Ja und dazu kommt natürlich, dass es nicht schwer ist, eine Säuglingsleiche verschwinden zu lassen, also vergleichsweise. Neugeborene lassen sich leichter transportieren und verstecken und die Verwesungsprozesse, die setzen relativ schnell ein, sodass das Auffinden einer Säuglingsleiche meist höchstens zufällig passiert. Es gibt noch eine weitere Besonderheit aus kriminalistischer Sicht. Bei allen anderen Tötungsdelikten sind die Männer in deutlicher Überzahl. Bei den neugeborenen Tötungen bekommen es die Ermittler überwiegend, also fast nur mit weiblichen Tatverdächtigen zu tun. Ja und die Aufklärung ist auch deshalb schwierig, weil bei diesen Fällen ja in der Regel dann nur die leibliche Mutter Angaben über das kurze Leben des Opfers machen kann. Wobei sie in der Vielzahl der Fälle auch selbst nur noch die Täterin ist. Und fast jeder Säuglingstötung geht eine verdrängte Schwangerschaft voraus. Dass so viele Frauen ihre Schwangerschaft nicht wahrhaben wollen, das hat auch gesellschaftliche Ursachen. Weil unsere Gesellschaft halt schon natürlich jetzt nicht so familienfreundlich ist in weiten Teilen, dass das jetzt total easy ist, so ein Kind in die Welt zu setzen und eine Wohnung zu finden und eine Kinderbetreuung zu finden. Oder überhaupt mit dieser Situation so zurecht zu kommen, dann liegt noch viel Care-Arbeit bei den Frauen. Und es gibt Studien, die sagen, egal welchen Beruf du hast, komplett egal, die Care-Arbeit wird immer mehr von der Frau absolviert. Und das sind natürlich jetzt so nicht so attraktive Voraussetzungen auch. Und deswegen kann man schon verstehen, dass man dann irgendwie aus Schock heraus oder aus Ungeplantheit oder aus auch Nichtwollen heraus dann einen Verdrängungsmechanismus einsetzt. Wir verdrängen ja ganz vieles. Ganz, ganz viel verdrängen wir den ganzen Tag. Sonst würden wir, können wir gar nicht, müssen wir uns die Ecke setzen und weinen, wenn wir nicht alles Mögliche verdrängen würden. Deswegen, Verdrängung ist schon so ein Schutzmechanismus des eigenen Körpers, der sehr gängig ist und in dem Fall eben auch funktioniert. Studien beweisen, dass es die typische Schwangerschaftsverdrängerin nicht gibt. Frauen jedes Alters sind da drunter, quer durch alle Berufe, familiäre und soziale Hintergründe können betroffen sein. Das macht eine Prävention so wahnsinnig schwierig. Wir stellen euch Hilfsangebote für Schwangere in unsere Shownotes. Die meisten betroffenen Frauen scheinen den Studien zufolge eines zu eines. Es fällt ihnen schwer, sich anderen zu öffnen und das bei gleichzeitiger Tendenz, eigene Probleme und Schwierigkeiten gern zur Seite zu schieben. Und fast nie wird eine behandlungsbedürftige psychische Störung diagnostiziert. Viele der Frauen sind nach außen eher unauffällig, teils unsicher, unreif. Und problematisch ist, dass die Betroffenen dann in so eine Art Starre verfallen. Also sie bereiten sich nicht auf die neue Situation vor, suchen nach keinen Lösungen. Und bleibt dann die Schwangerschaft bis zur Geburt unentdeckt, birgt das natürlich eine große Gefahr für Mutter und Kind. Und häufig entscheidet dann der pure Zufall darüber, ob die Mutter das Kind allein bekommt. Und manch eine Frau gerät dann in Panik, hält dem Baby aus Angst vor Entdeckung den Mund zu, wodurch es erstickt oder sie legt es irgendwo ab. Aber auch das müssen wir natürlich nochmal betonen. Selbstverständlich führt längst nicht jede negierte Schwangerschaft zum Schlimmsten. Ja, das stimmt. Und Mandy Mangler kann sich aus ihrer Klinik auch an etliche Happy Ends erinnern. Gott sei Dank nimmt es selten so ein Ende mit, dass das Kind dann stirbt oder getötet wird. Und häufig ist es natürlich ein sehr überraschender Moment für die beteiligten Menschen. Und die sind erstmal vollkommen aus der Fassung überwältigt. Und in den allermeisten Fällen arrangieren sich die Familien damit. Und es kommt eben nicht zur Kindstötung. Und das ist natürlich trotzdem irgendwie total die, also wirklich ein einschneidendes Erlebnis mit Problemen. Man hat keinen Kinderwagen, kein Kinderbett, keine Kleidung und so weiter und so fort. Und man muss sich da relativ plötzlich auch mit identifizieren. Die Fälle, die ich begleitet habe, sind alle so geendet, dass die dann sich damit arrangiert haben. Und viele haben das auch so erlebt, dass sie das spektakulär selber fanden. Sehr spektakulär, dass sie das nicht mitbekommen haben. Und dann, das ist natürlich dann auch eine interessante Geschichte. Dann kriegt man natürlich auch sehr viel, sagen wir mal, hat mal was zu erzählen erstmal, wenn man das nicht mitbekommen hat. Okay, zurück zu Katharina Ivanov. Die hat also nach der kräftezehrenden Geburt und nach 38 Stunden ohne Schlaf gestanden, ihr Neugeborenes mit einer Decke erstickt zu haben. Im November 2013 wird der Prozess eröffnet. Katharina Ivanov sagt jetzt zu den Vorwürfen gar nichts mehr. Dafür verliest ihr Anwalt in ihrem Namen eine Erklärung. Da heißt es, Katharina Ivanov wollte ihr Kind niemals töten. Seine Mandantin habe unter schrecklichen Schmerzen und unter starkem Blutverlust gelitten. Irgendwann habe sie nur noch mechanisch gehandelt, sei ohnmächtig geworden. Und während ihrer Ohnmacht habe sich dann die Plazenta gelöst. Und als Katharina wieder erwachte, da habe ihr Oberschenkel auf dem Baby gelegen. Zitat, das Kind wirkte leblos, ich war schockiert und entsetzt. So steht es in der Erklärung. Es habe sich also nicht um Totschlag, sondern um einen furchtbaren Unfall gehandelt. Und dieser Verteidiger, der sagt ja dann auch was zu diesem Geständnis im Dezember. Ja, der Verteidiger argumentiert, dass diese Einlassung nicht zu gebrauchen sei. Er stellt einen Antrag auf Nichtverwertbarkeit wegen Traumatisierung durch die Geburtsanstrengung, Übermüdung bei der Vernehmung. Katharinas Vater, der sagt dann als Zeuge aus und das müsste er eigentlich gar nicht. Also der könnte jedes Zeugnis verweigern. Aber die Richter, die sollen eben verstehen, was für ein gutes Kind Katharina ist. Seine jüngste Tochter und er beantwortet jede Frage im Zeugenstand. Ja, auch die Ermittler der Mordkommission sagen als Zeugen aus. Eine Beamtin sagt, dass Katharina Ivanov in der ersten Vernehmung erstaunlich ruhig und gefasst auf sie gewirkt habe. Und auch später, also kurz bevor sie ein Geständnis ablegte, habe sie weder betäubt noch übermüdet gewirkt. Beziehungsweise gar einen den Umständen entsprechenden frischen Eindruck gemacht. Und die Aussagen, die scheinen das Gericht zu überzeugen. Die Unfallversionen halten die Richter für erfunden und sprechen von einer unwahren Schutzbehauptung. Im Urteil heißt es, Katharina Ivanov entschloss sich spontan zu töten, um die ungewollte Schwangerschaft zu verbergen. Am 25. November 2013 verurteilt das Gericht Katharina Ivanov wegen Totschlags in einem minderschweren Fall zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Die Strafkammer verweist darauf, dass sich die 24-Jährige geschämt habe, zum Arzt zu gehen. Auch für den Eltern sei ihr die Schwangerschaft peinlich gewesen, deshalb die Tötung. Das ist natürlich krass, weil auf der anderen Seite ist es ja auch erwiesen, dass sie kurz vor der Geburt noch überlegt hatte, das Kind wegzugeben. Sie hat ja, wie wir gehört haben, doch noch mal eine Babyklappe in Berlin gegoogelt. Das zeigt doch eigentlich, dass sie dem Baby nichts Böses wollte, oder? Ja, vielleicht, aber wie auch immer, dass diese junge Frau nach der Geburt bis ans Krankenhausbett verfolgt und bis in die Nacht mit Vernehmungen gequält wurde, halte ich für abenteuerlich. Ja, und ich bin vor allem froh, dass ich kein Richter bin und in so einem Fall ein Urteil sprechen muss. Aber dass das jemand tut, ist natürlich sehr wichtig. Also jetzt mal abgesehen von Katharina Ivanov und ihrem speziellen Fall. Also es gibt ja Mütter, die ihre Neugeborenen töten, weil die ihnen lästig sind, oder weil diese Mütter sadistisch veranlagt sind. Ja, natürlich. Also erinnere dich beispielsweise mal an diese Mutter aus Finkenkrug in Brandenburg. Die hatte, glaube ich, vier Kinder und hat dann neun Neugeborene hintereinander sterben lassen und die dann jeweils in Blumenkübeln vergraben. Okay, lass erzählen, wie es in unserem Fall weitergeht. Akzeptiert Katharina Ivanov das Urteil? Nein. Ihr Verteidiger geht in Revision. Er beanstandet, dass das Gericht das unter fraglichen Umständen entstandene Geständnis verwertet hat. Und mehr noch, dass das Urteil genau auf diesem Geständnis fuße. Außerdem beklagt der Anwalt, dass der vorsitzende Richter einen klaren Verurteilungswillen gezeigt habe. Er sei gegenüber der Verteidigung durch, ich zitiere, aggressives, lautstarkes, ignorantes und abweisendes Verhalten in Erscheinung getreten. Also zusammengefasst, seine Mandantin habe kein faires Verfahren gehabt. Und während sich die Juristen streiten, lebt Katharina Ivanov weiter in Ungewissheit, ob sie ins Gefängnis muss oder ob sie freigesprochen wird. Und ein Neustart, der Versuch, mit dem Leben und der Tat irgendwie klarzukommen, das dürfte jetzt erst mal unmöglich sein. Ja, aber ein knappes Jahr später hat die Revision des Verteidigers Erfolg. Im Oktober 2014 hebt der Bundesgerichtshof das Urteil des Landgerichts wegen unzulässiger Vernehmungsmethoden auf. Der BGH kommt zum Schluss, dass eine Fülle von gewichtigen Gründen vorliegen, die darauf hinweisen, dass Katharina Ivanov sich nicht aus freiem Willen zu dieser Aussage entschloss. Und laut BGH hätte dieses polizeiliche Geständnis eben nicht verwertet werden dürfen. Also nach der Geburt 38 Stunden Schlaflosigkeit und stundenlangen Vernehmung. Ich zitiere, es lag auf der Hand, dass die Angeklagte einer immer wieder und immer energischer geführten konfrontativen Befragung wegen ihres Erschöpfungszustandes nicht mehr in freier Willensbetätigung würde standhalten können. Das sind schon ungewöhnlich scharfe Worte für den BGH. Und der BGH weist also den Fall zurück ans Landgericht. Ja, und da dauert es ein weiteres Jahr, bis die 40. Strafkammer den zweiten Prozess gegen Katharina Ivanov eröffnet. Das heißt, für sie geht alles nochmal von vorne los. Es könnte ja rein theoretisch wieder mit Gefängnis enden, auch wenn die Chancen nun deutlich besser stehen. Dieses Mal entschließt sich Katharina selbst auszusagen und bleibt auch in diesem zweiten Prozess bei der Unfallversion. Sie sei ohnmächtig geworden, als sie wieder erwachte, sei das Kind tot gewesen. Katharina Ivanov sagt also aus. Sie sitzt weinend vor der Richterbank, knetet ihr Taschentuch und wiederholt ein weiteres Mal, ich habe mein Kind nicht getötet. Die Richter in der zweiten Instanz, die glauben Katharina Ivanov. Zumindest können sie nichts anderes beweisen. Und da gilt dann eben in dubio pro reo. Im Urteil heißt es dann, der gesunde Junge hat nur wenige Minuten gelebt. Was dann passiert ist, wissen wir nicht. Zugunsten der Angeklagten müssen wir annehmen, dass ihm unbeabsichtigt die Artenwege verlegt wurden. Wir gehen davon aus, dass der Tod des Kindes ein Unglück war. Allerdings halten sie die Tatsache, dass Katharina heimlich, also ganz allein ihr Kind gebären wollte, für fahrlässig. Die Geburt eines Menschen ist ein gefährlicher Moment, steht im Urteil. Eine Mutter habe eine Garantenpflicht, dem Neugeborenen jede Hilfe zukommen zu lassen. Allerdings gehen die Richter von einer erheblich verminderten Steuerungsfähigkeit aus. Und nun ist auch sowas wie Mitgefühl zu hören. Ich zitiere, es muss furchtbar gewesen sein für sie, diese Nacht allein in ihrem Zimmer zu durchleben. Fast drei Jahre nach dem Tod des Babys verurteilt das Berliner Landgericht Katharina Ivanov deswegen wegen fahrlässiger Tötung zu neun Monaten auf Bewährung. Das heißt, sie muss nicht ins Gefängnis. Katja, kannst du irgendeine Lehre aus diesem Fall ziehen? Lass uns mal hören, was die Chefärztin dazu zu sagen hat. Wenn ich diesen Fall so nachvollziehe, dann fühle ich natürlich eine große, große Empathie oder Trauer auch für diese Person, dass sie das erleben musste und dass die Struktur so war, dass es offensichtlich passiert ist und dass sie keinen anderen Ausweg gesehen hat. Und es ist natürlich tragisch, dass es nicht geschafft wurde, vom Umfeld oder von der Struktur es ihr zu erleichtern und dass es eben so furchtbar tragisch auch enden musste. Also von daher ist es schon auch eine große Hilflosigkeit und Verzweiflung, wo man sich fragt, was können wir eigentlich tun, dass Frauen sowas nicht erleben müssen, dass wir irgendwie so positiv belegen auch. Es hat viel, 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 viel gesellschaftliche Implikationen, finde ich. Wie gehen wir mit Sex um, Sexualität von jungen Menschen, Sexualität an sich in der Gesellschaft, Schwangerschaft, Schwangerwerden außerhalb der Ehe oder sowas. Und all das, wenn das positiv belegt wäre, dann hätte sie vielleicht auch eine ganz andere positive Situation gehabt und hätte gesagt, ich freue mich. Es ist halt schon alles sehr, sehr tragisch auf jeden Fall. Liebe Hörerinnen, damit sind wir fast am Ende unserer heutigen Episode, aber es lohnt sich, heute wieder dran zu bleiben, denn es gibt nicht nur unsere Rubrik Crime Update, sondern auch noch einen Hörtipp. Aber erstmal sagen wir herzlich Danke bei unserem Redakteur Michael Reinhardt und bei Heiko Bär für die Produktion. Und wir haben wieder unsere Bitte an euch. Wir wären super dankbar, wenn ihr unserem Podcast helft, noch weiter zu wachsen und bei Apple Podcast oder bei Spotify oder wo auch immer möglichst viele Sterne da lasst. Danke. Und bitte teilt die heutige Folge mit allen Menschen, die Frauen das Gefühl geben, weniger wert zu sein. Im Beruf, in der Familie, als Schwangere, als Mutter. In allen können wir auch den Tagesspiegel-Podcast Gyncast mit Mandy Mangler empfehlen und niemand könnte besser als Sie erklären, was das Besondere an diesem Podcast ist. Der Gyncast ist ein Podcast zur Gynäkologie, also zu allen Themen, die Frauen so beschäftigen, von Menstruation über Brüste, Schwangerschaft, Verhütung, Wechseljahre, also alles, was es so an gynäkologischen Themen gibt. Und wir haben ja, also der weibliche Körper ist einfach medizinisch sehr. Und interessanterweise ist er nicht nur medizinisch, sondern auch gesellschaftspolitisch. Und wir wollten eigentlich nur ein paar fachliche Folgen aufnehmen und sind dann ganz schnell zu dem Schluss gekommen, dass da noch sehr viel Staub unterwegs ist in der Gynäkologie und in allen Ecken und Oberflächen noch Staub liegt. Und da versuchen wir jetzt, das zu entstauben. Der Gyncast erscheint immer am dritten Donnerstag im Monat. Und wie tattet Berlin, findet ihr ihn überall, wo es Podcasts gibt? Dann steht jetzt noch unsere Rubrik Crime Update auf dem Programm. Da berichten wir euch jedes Mal, was mit den Personen aus unseren bisherigen Fällen passiert ist oder welche neuen Entwicklungen es in der Zwischenzeit gab. Und auf das heutige Crime Update freue ich mich schon seit heute Morgen, denn es geht, Trommelwirbel, mal wieder um Heike Werding. Die Reichsbürgerin, über die wir in Folge 16 gesprochen haben und der wir schon unser letztes Crime Update gewidmet haben. Genau. Da haben wir darüber berichtet, dass die gute Heike Werding in Revision gegangen war und ihr Strafmaß auf zwei Jahre und neun Monate reduziert wurde. Und dass ihr Anwalt sagte, Heike Werding wolle ab sofort keine Straftaten mehr begehen. Und jetzt gibt es ein Update zum Update, nämlich... Ja, kaum ist sie draußen, macht Heike Werding einfach weiter mit ihrem Unsinn. Wir haben beide Posten von ihr bekommen, genau genommen in Form von Faxen. Genau, wir haben Faxe bekommen. Ja, und da stellt uns Heike Werding absurde Rechnungen in schönster Reichsbürgermanier. Also hier, ich lese es mal aus dem Schriftstück vor, das sie mir geschickt hat. Da stellt sie eine Rechnung, Zitat, aufgrund der unerlaubten Nutzung der Wortmarke Heike Werding. Und zwar soll ich ihr, weil ich ihren Namen in zwei Tagesspiegelartikeln benutzt habe, schlappe 102.000 Euro bezahlen und das innerhalb von sieben Tagesabläufen. Ja, und sie untersagt mir auch die weitere Nutzung der Wortmarke natürlich. Da habe ich ja nochmal richtig Glück gehabt. Also ich habe ja ein eigenes Fax gekriegt, aber ich soll nur 32.000 Euro bezahlen, weil ich ihren Namen hier im Podcast genannt habe. Ja, also die Frau hat überhaupt keine Ahnung von Presserecht oder von freier Berichterstattung oder dem Umgang mit Wortmarken, aber dafür setzt sie weiterhin gern sinnlose Schriftsätze auf. Unterschrieben hat sie das Fax übrigens mit einem Doppelpunkt zwischen Vor- und Nachnamen und das machen viele Reichsbürger so. Ja, so richtig angekommen ist Heike Werding offenbar noch nicht in der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe das Fax jedenfalls gleich an die Polizei und an den Verfassungsschutz weitergeleitet und die Sache liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft Berlin. Und das kann man übrigens allen raten, die von Heike Werding mit solchen dreisten Forderungen belästigt werden, geht direkt zur Polizei. Genau. Wir werden jedenfalls selbstverständlich weiterhin über sie sprechen. und auch berichten, was diese Frau noch so anstellen wird. Unsere nächste Folge Tatort Berlin gibt es wie immer am ersten Samstag des Monats. Weißt du schon, welchen Fall du uns dann mitbringst? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es dann am Ende wieder ein Crime-Update zu Heike Werding gibt vielleicht. Aber worum es davor geht, das wird noch nicht verraten. Okay, ich freue mich auf beides und bin gespannt. Und wir hören uns. Tschüss, lieber Sebastian. Tschüss, Katja. Wenn euch dieser Podcast gefällt, hört gerne auch Eine Runde Berlin, den Interview-Podcast vom Tagesspiegel. Ich bin Ann-Kathrin Hipp und ich fahre jeden Monat mit Gästen wie Sven Regener, Caroline Herfurt oder Kurt Krömer mit der Regenbahn. Zwischen Betriebsstörungen und Kontrolleuren spreche ich mit Ihnen über alles, was Sie und Berlin gerade bewegt. Steigt gerne ein. Eine Runde Berlin jetzt auf allen Plattformen oder unter tagesspiegel.de slash podcasts.